Diego, I want to hear your voice. Hallo. You are cute. Oh, thank you. You too. Nicht schon wieder. Hallo. Ja Leute, was geht? Zum Fortfahren wird ein Update benötigt. Ich starte Fortnite bitte nur um den neuesten Patch herunterzuladen. Ja verdammte Kacke, warum hab ich das nicht vorher gemacht, man? In diesem Sinne meine Freunde, herzlich willkommen zu diesem wunderbaren Video. Mit dabei ist heute der ganz tolle und liebe... Richtig Alphastein ist heute mit dabei, meine Freunde. Und was machen wir heute, lieber Standardskill? Rasieren. Rasieren. Und wo rasieren wir Standardskill? Wir bleiben Rasierer. Nein, wo wir rasieren, in welchem Spielmodus? Nein, warte. Wir rasieren im 50-50 Spielmodus, wolltest du sagen, oder? Ja Leute, und ich würde sagen, wir starten direkt ins Video. Warte. Jetzt. Und ich würde sagen, wir starten dann direkt ins Video. Wenn das Update bei mir runtergeladen ist, bis gleich auf Wiedersehen. Ciao, ciao, ich bin so dumm. So Leute, da ich jetzt das Update runtergeladen habe, können wir jetzt auch direkt anfangen. Der liebe Alphastein ist ready. Ich bin auch ready, meine Freunde. Und jetzt kann es direkt losgehen. 50-50 Modus. Es wurde geupdatet. Es wurde eine neue Version rausgeknallt. Und ich würde sagen, wir spielen die direkt mal gemeinsam. Oder, Herr Alf8? Hallo. Alf. Hi Alf. Mach dich ready. Wir spielen eine Runde 50-50, Leute. Und jetzt wird... Bin ich voll hässlich. Bin ich voll hässlich? Hör auf sowas zu... Ja, mein Skin vielleicht. Aber im Real Life bin ich der Schönste. Okay, Steinerei. Wir gehen runter... Äh... Snobby Shows, würde ich sagen. Weil da muss ich noch ein paar Kisten öffnen. Ganz genau der. Mein Vater. Ja. Gut, Leute. Ich würde sagen, wir landen hier direkt mal. Und schauen uns mal ein bisschen hier in Snobby Shows. Und ich war noch... In Snobby Shows, Alter. Bist du noch nicht ausgestiegen? Okay. Oh, Junge. Komm zurück aus Tilke, du Affe. Mann. Bist du anstrengend und dumm. Beides. Okay. Könntest du... Hehe. ...mir einen kleinen Gefallen tun? Mir geht's gut, oder? Mir geht's super bis dato. Ich... Ich schütze mich nicht. Stein, das... Muss einfach nicht sein, dass du jetzt hier deine Ressourcen verschwendest. Herup! Echt gute Frage. Warum tue ich mir das eigentlich ab? Warum ist genau die richtige Frage? Du nimmst mit mir auf, ich nicht mit dir. Du hast recht. Okay, Stein, also pass auf. Lass uns jetzt mal gemeinsam... Hör doch auf, ich... Mann, Junge, das ist doch nicht nötig, Alter. Warum bist du so, wie du bist, Stein? Warum? Ich will ein Auto. Du willst ein was? Auto. Ach nein, bitte nicht, Digga. Bitte sag mir jetzt nicht... Wir sind die. Hier sind nirgendwo Autos. In Snobby Shows gibt's keine Autos. Nirgendwo gibt's hier Autos in Snobby Shows. Junge, ist das leider... Hier gibt's leider nirgendwo Autos, Stein. Wir müssen das ganze Stück rücken laufen. Es tut mir wirklich leid. Hier sind nirgendwo Autos. Hier sind nirgendwo Autos. Welche neue Waffe? Oh, darf ich die mal haben? Darf ich die mal haben? Also, darf ich die mal... Oha! Darf ich die mal... Darf ich die mal... Darf ich die mal haben, Stein? Also, ich mein... Du kriegst gar nix. Gut, dann sag ich dir nicht, wo ein Auto hier ist. So. Ich bin egal. Gut, okay. Dann... Dann... Ich hab die neue Waffe selber gefunden. Brauchte ich nicht mehr. Ey! Ja, siehst du mal. So, Digga, pass auf. Ich würde sagen, wir rennen in die Zone, Diggy. Und dann auf geht's. Was? Super! Och nein! Bitte, 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 bitte! Stein, 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 Stein! Okay, Stein! Stein, warte! Das ist mein Auto! Ey, ich will fahren! Äh, 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 äh! Uuuuhuuuhu! Ja, Hallöchen! Ja, moin, Herr Stein! Guck mal, was das Auto kann, Achtung! Hast du gesehen? Wow! Gib Job, Petty, mach' einen Bus! Bist du doof? Ne, hast du diesen geilen Bus gesehen? Ja, ein Mario Kart! Ja, ganz genau. Mario Kart, Alter. Und nicht anders. Warte, ich mach kurz die Kiste auf. Warte, 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 ich fahren mir doch schnell die Paletten, dann komm' ich. Oh, Junge, bleib stehen, du Missgeburt. Stein! Digga, komm zu... Oh, Mann, Junge! Komm zurück, bitte. Bleib stehen, bleib stehen. Ich komm zu dir, ich komm zu dir. Okay. Danke dafür. Fahr einfach nach Tilted. Alles gut, alles gut. Fahr einfach nach Tilted und alles ist gut. Okay, Stein. Das ist, wenn man rechts und links, wenn man rechts und links so driftet. Mit Leertaste. Ja, saucool. Ich würde gerne ein paar Kills machen. Fährst du bitte nach Tilted jetzt einfach, sonst gehe ich zu Fuß. Oh, nein, nimm den nicht mit. Nein, nimm den doch nicht mit. Stein. Stein, Mann, geh raus. Mein Gott, ich geh zu Fuß, Alter. Junge, 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 ist das einfach anstrengend. Hör auf, mich zu rammen. Hör auf damit. Stein! Ey, du Dankweiler. Selber schuld, so. Komm, Stein, wir gehen zu den ganzen Gegnern hin und bringen die alle um. Ja, was hältst du davon? Das ist eine tolle Idee, oder? Ich weiß. Guck mal, eine Frau. Stein, hör auf. Hör auf. Ja, bis geht. Stein, hör auf. Die hören dich nicht. Komm rein. Stein, die hören dich nicht. Hör auf. Fahr mit dem Auto aus dem See und kämpf mit mir, verdammt nochmal. Stein, halt zwei. Wieso spiel ich denn jedes... Und Stein, es will niemand mitkommen. Stein, es will niemand mitkommen. Hör auf, du fährst gerade genau gegenüber zu den Gegnern. Yeah. Mann, helf mir doch einfach mit. Du nämlicher Idiot. Jürgen, Stein, das sind weibliche Fortnite-Skits. Du wirst ja keine Frauen in Fortnite finden. Wow. Danke, bin ich gut, Baby. Danke. 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 Okay, Stein. Egal. Auch wenn du gestorben bist, ich werde trotzdem jetzt hier einen Win holen. Okay, Stein. Für uns. Hallo. Was denn? Mach hin. Ja, Junge, ich konzentriere mich hier gerade. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Hör auf. Yay, Stein. Wir haben einen Sieg errungen. Was sagst du dazu? Ja, ich würde sagen, wir hängen doch direkt nur noch hinten dran, weil das so lustig war, Okay, Stein, bist du bereit für den zweiten Sieg heute? Ja. Perfekt. Das hört sich sehr motiviert an. Wow, was für Sieg? Das können du uns. Okay, alles klar. Gewinnen können wir. Yay. Warum? Was denn? Wait, what? Oh my God, we got the same thing. Okay, ähm. Hey, we're inside or something. Yeah. Nice. Wow, that's amazing. Bro. Bro, that's so amazing. Oh my God, bro. Oh my God. Oh my fucking God, this is so amazing. I love you. Right, left, left, right. Hey, 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 hey. Okay. Diego, I want to hear your voice. Hello. You are cute. Oh, thank you. What my neighbor? Hello, bitte. Tell me, please, why? Are you a girl? Diego, don't mind him. Why? He's retarded. Why are you a boy? Please change. Sure. Come to me, and we will wait. Ja, sicher. Komm, komm, komm jetzt. Kannst du ihn fahren? Er ist ziemlich gut an das. Was ist das? Oh. Das ist mir. Komm weiter. Stein, kannst du mir einen Gefallen tun? Vielleicht vorsichtig mit dem Auto. Sei ruhig. Alles klar, ich lass dich einfach mal wieder reden. Und du machst das schon irgendwie? Stein, nein, wir haben jetzt noch jemanden drin. Stein, bitte mach keinen Scheiß, okay? Stein, das ist nicht deine Freundin, das ist irgendein... Oh, Gottes Willen, Alter. Stein, fahr in die Zone. Drive to the Zone. Oh, Gott, Alter. Du magst mein Auto? Ja. Stein, ich weiß wirklich nicht, ob du das... Es ist ziemlich schnell. Stein, Stein, Stein. Es ist keine Partnerbörse hier. Ich würde dich wirklich bitten, vielleicht einfach... Wir können, wir können es zusammenhalten. Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Alles klar, danke dafür. Woh, 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 woh. Woh, woh, woh. Stein, warte auf mich. Oh, woh, woh, woh. Oh, woh, woh, woh. Ja. Ja. Stein. Stein, hör bitte auf, in diesem Spiel, Menschen zu belästigen, okay? Das ist mit Abstand... Drive to the f***ing Zone! What are you doing, you maniac? Stein, bitte, fahr in die... Was ist das? Stopp! Stopp! F***ing hell, stopp! Immerhin fett ist der andere Nose-Skin. Was denn? Meine Freundin. Stein, das ist nicht deine Freundin. Das ist irgendein Random-Skin, der zufällig mit dir... Stein, das ist irgendein Random-Skin, der zufällig mit dir im Auto... Das ist nicht deine Freundin? Guck... Ich glaube nicht, dass es irgendwen gibt, der es mag, angeschossen zu werden. Ja, das ist dein Weißer-Weißer-Pistole. Oh, ja. Bro, what the hell are you doing? Drive to the f***ing Zone, you idiot! What is he doing? Oh my god, I'm gonna... I'm gonna f***ing... Can you, can you... Hey! Take him with you! Which language? Stein, hör auf! Stein, steig in das Auto ein, steig in das Auto einfach ein! Okay, drive to the Zone, please! We need to win this! Hello, J-Pan! How to win when she were killed? Bro, I'm so sorry for this guy! No, 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 no! I come from France! Eh, Baguette, Baguette! Stein, das ist... This sweet, this sweet! Omelette, fromage! Omelette, fromage! Is das unangenehmste, was mir immer... I'm really, really sorry for this guy, for real! I'm so sorry, take this bridge! Oh, thanks, thanks, thanks! Oh, thanks, thanks! Oh, thanks, thanks! Oh, nice! Oh, I need an B! The double E! The green side! Above, 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 players! Oh my god, I got... I got shot, bros, bros! It's okay, it's okay, don't worry! Okay, guys, we can win this! Wow! What the hell are you guys doing, for real? Don't die, don't die! Don't die, don't die! There he goes! Nice! Good job, good job! No, wait, what?! Weeeee! We're fighting! Oh! Help me! Okay, Stein, Stein, we must have help you! Yeet! No, no! Drive, revive! No! I can't do anything else! I can't do anything else, man. I can't do anything else, man. I can't do anything else, man. What is he doing? One of the boxes? Oh, f***er! Oh, ho, ho! Oh, ho, ho! Oh, my God! Revive me! No! 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 Don't write me over! No, 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 no! What the hell are you guys doing?! What are you doing? You're the worst team I ever had! I hate you! I hate all of you! Ja, Leute, das hat wieder super geklappt. Stein, danke, dass du den Großteil der Zeit darauf verwettet hast, irgendwelche Leute in Fortnite kennen. Ich liebe dich! Danke, dass du den Großteil deiner Zeit darauf verwettet hast, irgendwelche Leute in Fortnite kennst zu lernen, Leute. Das war's für mich ein Wunderschön. Verdammte Scheiße, Alter. Das war's von diesem wunderbaren Video, meine Freunde. Der erste Win war immerhin da, der zweite Win, so lala. Es ist nicht immer einfach, sag ich so. Schaut auf jeden Fall bei Alphastein vorbei. Das war's und jetzt, keine Ahnung, den ersten Daumen nach oben da. Auf Wiedersehen. Ciao.